Das Rad 5 Nummer 7 Das Beste an Ostern Ja, und nun ist bald wieder Ostern. Ja, der 12. April ist Ostersonntag und wir möchten von unseren Hörern hören, was sie Ostern machen. Die Nummer ist 0097 97 9000. Ruft an! Ja, wie feiert ihr Ostern? Was ist das Beste an Ostern? Und hier haben wir schon einen Anrufer. Hallo, wie heißt du? Hallo, ich heiße Ilva. Wir suchen Ostern Eier. Sucht ihr Eier im Garten? Nein, in der Wohnung. Wir haben keinen Garten. Danke, Ilva. Ja, und... Ja, hallo. Friedrich hier. Wir machen einen Osterspaziergang. Das ist für mich das Beste an Ostern. Warum? Wir finden dann immer Ostereier, die der Osterhase verloren hat. Das heißt, meine Eltern lassen sie fallen. Das ist immer ein bisschen hysterisch. Aha, und hier ist noch ein Anrufer. Nein, eine Anruferin. Carla, nicht wahr? Ja. Carla, was ist für dich das Beste an Ostern? Das Osterfrühstück. Ich bin zu Ostern immer bei meinen Großeltern und wir machen dann ein ganz traditionelles Osterfrühstück. Das ist sehr schön. Vielen Dank, Carla. Und vielen Dank allen Anrufern.